hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown daily shop news mit mir im engleich ja so leute dann fangen wir doch mal an mit einem kommentar von der sturen katze was ist deine lieblingskarte ist schwer zu sagen aktuell würde ich sagen habe ich aber leider nicht also muss ganz ehrlich sagen habe ich im moment nicht auf beiden accounts nicht aber aktuell denke ich ist meine lieblingskarte der mythic seudberg finde ich mega nice so dann geht es los dann schauen wir mal hier ein hier nach wie vor der quagmire als mythic in der mamas altmodischen geheimnis schatulle dann gehen wir in den shop rein gucken mal was wir für karten haben hier haben wir die cigarette addicts box nach wie vor und cigarette addicts als pre-combo prescription weed hype noto chinchilla addict wayne henkel und mac griffin die lois griffin hier als leggi ja da gehen wir schon in die meisterschaft rein so ja ich hatte ja gestern hatte ich ja ein video gebracht über die die combo mastery wochen die jetzt kommen werden hatte ich etwas nicht so richtig verstanden da ging es um noch nicht veröffentlichte combos in diesen wochen die anderen spielern zugänglich waren habe ich nicht so ganz verstanden jetzt inzwischen weiß ich worum es geht also da hat congregate doch ganz schön bockmist gebaut würde ich mal sagen also es gab mal wieder ein paar whales also leute die da richtig reinpayen in das spiel und die wollten sich einen vorteil gegenüber allen anderen spielern verschaffen indem sie direkt bei congregate nachgefragt hatten ob diese ihnen ja combo masteries die es bis jetzt noch nicht gegeben hat verkaufen würden ja und congregate hat gesagt ist in ordnung machen wir also sprich die haben dann hier für was weiß ich vermutlich 500 gems sich jeweils eine combo mastery holen können und haben dann soll also solche combos daraus bekommen die halt richtig krass sind im vergleich zu den anderen die wir aktuell hier am start haben gab es natürlich riesig stress in der community und aufgrund dieser sache hat congregate jetzt diese combo mastery wochen ab morgen abend beziehungsweise ab heute abend dann am start wer davon was nicht mitbekommen hat guckt noch mal ein letztes video rein sind auch alle aufgeführt alle kombos die in diesen wochen zur verfügung stehen an welchem tag ja also das zu dem thema ich finde es auch ehrlich gesagt nicht wirklich toll was da jetzt gewesen ist und kommen hätte das auf keinen fall machen dürfen ich hoffe dass der image schaden jetzt nicht also ich meine es gab viele leute die sich tierisch aufgeregt haben ja und ich hoffe jetzt einfach dass der image schaden den kong dadurch dieses ding da jetzt abbekommen hat nicht allzu groß ist und ja also an congregate an das team von euch leute das könnte nicht bringen also so viel geld ihr verdient genug mit dem spiel ihr verdient genug da müsst ihr dann nicht noch einzelnen spielern vorteile separat verschaffen die die anderen nicht haben um da noch mal ein bisschen kohle raus zu schöpfen also bin ich auch nicht wirklich begeistert von also ich es ist eigentlich ist es schon schon richtig krass was da gelaufen ist aber gut ihr versucht es jetzt wieder gut zu machen habt euch dafür entschuldigt das ist das mindeste was ihr machen könnt aber gut muss man mal schauen wie das ganze bei dem spiel weitergehen wird jetzt kommen wir zu den aktuellen kommen masteries von heute und ja wie zu erwarten sind die combo masteries wieder mal die zufälligen nicht der oberbringer wir fangen jetzt mal an mit young hermes ja und das ist die young hermes combo einzige leji combo mastery die es da gibt es hier mit dem wireless audio transmitter und dann der hermes ding gibt es ja auch nur in in selten ist jetzt nicht wirklich der oberknaller aber für 500 gems uninteressant das ding hier dann geht es weiter dann sind wir jetzt hier bei den party crashers und die party crashers da gibt es doch relativ viele combo möglichkeiten schauen wir mal da rein das ist diese combo hier zum einen mit der tina und gamer karten dann mit jean oder eugen belcher mit gamer karten dann haben wir hier noch die luis tja aber der wireless audio transmitter ist hier jetzt nicht mit dabei das heißt also das bestmögliche was wir hier haben ist tatsächlich in eine combo müßig mit selten juhu also als ob jemand sowas hat ja also die combo ist auch für die füße dann machen wir weiter dann haben wir hier eine weitere linda mermaid auch hier linda mermaid das ist harter tobak muss ich sagen ich glaube die mermaid war auch schon ein paar mal dran gewesen und dann haben wir jetzt auch noch eine combo mastery sorry falsch cleaning wrench also von allen combos die man mit der peggy machen kann ist cleaning wrench mit sicherheit die letzte also ich habe ja eine peggy habe ich schon lange zeit in epic gespielt ich habe die peggy in der mythic version schon mehrfach gespielt leute also die combo ist wirklich mega schlecht also ja aber schaut morgen rein morgen wird es auf jeden fall interessant werden weil dann eben diese vertröstungs combo angebote kommen werden da gibt es jetzt dann wirklich jeden tag einen knaller und schaut dann rein was da was da am start ist wird auf jeden fall richtig gut werden ja also sprich ist nicht schlimm wenn heute nichts anständiges dazwischen es macht überhaupt nichts die nächsten tage kommt genug können dann werden uns schon die combo mastery steinchen ausgehen und das relativ schnell also wenn es euch gefallen hat das video wenn es informativ war dann lasst doch mal einen daumen nach oben da falls ihr es noch nicht getan habt abonniert den kanal bitte würden wir uns sehr darüber freuen und schaltet es nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt ja animation throwdown mit mir dem herrn gleich macht's gut bis dann und tschüss tschüss Vielen Dank.